Das ist ein Betriebsgeheimnis, meine Liebe. Dann erwarte auf keinen Dank von mir. Hört auf, im Dreh zu kämpfen. Sorry. Hey, schickt mal Verstärkung. Verstärkung? Lust hatte ich ja nicht, aber... Renu hat auch so seine Fiesche halten. Das wird heiß. Nein, haben wir nicht. Okay. 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 Ja, das ist so... Ja, das ist so... Ich bin bereit. Ich bin bereit. Das war's für heute. Reino, du hast echt zu viel Geschwindigkeit. Wir müssen etwas Spaß zusammen haben. Jetzt hab ich dich! Sieh an! Hast dich wohl etwas überschätzt! Okay. 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 Nein, aber ich will nicht auf die Sitzung gehen. Na kurz, komm. Nein, habe ich nicht vor. Nein. Verdammt. Ja. Hey, das geht hier auf einmal ganz schön fix mit dem Game Over. Aber Rayno ist echt ein harter Hund. Da muss ich mir was anderes einfallen lassen. Definitiv. Ai, 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 ai. Ah, ja. Geht das Ganze von vorne los. Ich störe doch nicht, oder? Und wer bist du? Das ist mein Bodyguard. Er ist Soldat. Hä? Ein Soldat? Ex-Soldat. Ah, ja. Marco. Als Söldner machst du doch sowas sicher. Nicht, mein Bodyguard? Hä? Wegen dem Schwert, dachte ich. Sag schon ja, bitte. Klar, warum nicht. Aber das kostet. Hm? Du bekommst... ...ein Date mit mir. Hä? Hm. Ein echter Soldat, ja? Welcher Rang? Hm. Erster. Jetzt mach dich mal nicht lächerlich. Du und Rang 1. Tretet ja nicht auf die Blumen. Hast du gehört? Dauert nicht lange. Dann mach. Hör mal, Alter. Ihre Bodyguards sind immer noch wir. Ach, wirklich? Wann habt ihr mich denn bitte mal beschützt? Das ist Betriebsgeheimnis, meine Lieben. Was? Das erwarte auch keinen Gang von mir. Hör mal rein! Hey! Schickt mal Verstärkung rüber! Schickt mal Verstärkung. Verstärkung. Jämmerlicher Haufen. Lust hab ich ja nicht, aber... Jetzt mit dem Abzug. Jao, pass auf! Los geht, eine Lippe! Tja! 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 Brenne! Tja! Tja! Voll helfen wir zumindest! Dack mal los! Kommt nicht wieder vor! Hat unser Bodyguard etwa Angst gekriegt? Vielleicht auch. Komm schon! Was ist denn aus deinem großen Getröde geworden? Jaaa... Der Getröne muss erstmal warten. Hey! Jetzt zieh dich nicht so! Nein! Come on! That's not good. Ohpala! Zieh an! Hast dich wohl etwas überschritten. Du kannst auch versuchen weh zu kämpfen! Okay! Okay! Jetzt gebe ich alles! Das war's dann! Verdammt! Du bist ziemlich hartnäckig. Aber als Profi hab ich Spaß! An all meinen Aufträgen! Lass uns etwas Spaß zusammen haben! Das wird heiß! Das wird heiß! Das wird heiß! Und du hast nichts davon! Sorry! Ich muss nochmal durch dein Beet! Sorry! Aus dem Weg! Nein! 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 Nein, nein. Bleib weg. Kann ich nicht leiden? Nein, bleib weg, nein. Hau ab. Geh, 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 geh. Ich hab überhaupt keinen Spaß dabei. Ja, nein. Geh, 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 geh. Geh, geh, geh. Ähm. Nein, weg, 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 weg. Nein, nein. Nein. Ich war doch so kurz davor. Nein, 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 nein. Bleib weg, bleib weg, bleib weg, bleib weg. Bleib weg, bleib weg, bleib weg. Hau da ab. Leben am Limit. Ohne Limit. Das ist doch voll gemein. Wir haben gerade erst gegen diesen komischem Tiefen. Roboter gekämpft. Die sind durch die Decke gefallen und... Gar nicht. Nein. Ich will deine Aufmerksamkeit nicht. Ich will deine Aufmerksamkeit nicht. Komm weg damit. Nein, weg da. Nein, weg da, weg da, nein. Geh, 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 geh. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, nein. Verdammt. Ja, das war so kurz vorm Limit und so kurz davor. Ach. Dass ich da wieder hätte was machen. Nein, bitte nicht. Der ist zu schnell. Viel zu schnell. Was soll ich denn machen? Hier ist doch... Ah, nee. Stark. Vor allem nach dem vorherigen Kampf. Ich hab doch schon. Reicht das nicht? Ich kann dich nicht leiden, Reino. Ja, komm. Und die dritte. Doch. Immer noch nicht. Das ist mein Bodyguard. Er ist Soldat. Hä? Ein Soldat? Ex-Soldat. Ah, ja. Marco. Als Söldner machst du doch sowas sicher. Nicht, mein Bodyguard? Hä? Wegen dem Schwert, dachte ich. Sag schon ja, bitte. Ei, 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 ei. Klar, warum nicht? Aber das kostet. Du bekommst... ...ein Date mit mir. Hä? Hm. Ein echter Soldat, ja? Welcher Rang? Hm. Erster. Ich bin erstere Krippe echt schwächt. Jetzt mach dich mal nicht lächerlich. Du und Rang 1. Wie ist das denn eigentlich so schnell? Also ich mein... ...so schnell. Zeig dir gar nicht auf die Blumen. Hast du gehört? Ich mein, da war was, aber. So schnell. Dauert nicht lange. Dann mach! Hör mal, Alter! Ihre Bodyguards sind immer noch wir! Ach, wirklich? Wann habt ihr mich denn bitte mal beschützt? Das ist Betriebsgeheimnis, meine Liebe! Dann erwarte auch, keine Danke von mir! Feuer! 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 Hey! Schickt mal Verstärkung! Brenne! Feuer! Feuer! ... ... ... ... ... ... Jämmerlicher Haufen. Lust hab ich ja nicht, aber jetzt geht's noch zu. Eine andere Strategie, die sie gleich. Klaus, pass auf! Das ist mit Eis, verdammt! Klaus, pass auf! 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 No! No. Hat unser Bodyguard etwa Angst gekriegt? Na komm! Klaut! Bitte! Das sollte reicht! Komm! Einmal bitte! Nein! Komm schon! Was ist denn aus deinem großen Getöne geworden? Nicht schlecht! Okay, das sollte ich vielleicht super lassen. Hast du etwa Angst? Jetzt zieh dich nicht auf! Nein! Komm! Komm! Beteilige dich! Dann mal los! Hä? 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 Ja! Bin bereit! Hier! Okay! Ist das alles? Magi? Wir haben den! Komm! Wir haben den! Ha! Ich soll den! Ja! Kommen! Ja! Na komm! Nein, 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 nein 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 Ach, come on Mitten in der Heilung Als Profi habe ich Spaß Toll An all meinen Aufträgen Ja, come on Lass uns etwas Spaß zusammen haben Die Heilung wurde abgebrochen Ja, ne, ist klar Aber die Dings werden abgezogen, ne Ja, come on Das wird sie Das wird doch eh wieder nichts Nein Ach, come on Ja Sorry Kommt mich wieder vor Ja Das sollte reichen Ja Ja Vor allem Vor allem Eric ist voll nicht in Gefahr bei dem Kampf Ich meine, die ich da so safe sein darf Wenn er hier mit seinen scheiß Elektrodingern rumschleudert, ne Ich dachte, er soll auf sie aufpassen Aber nein Nein Lass mich noch mal ein paar Runden im Kreis rumlaufen, ja Ich glaube, sie ist näher dran Feuer frei Und gefährlicher Ich habe es Ich habe es Okay Aaaaaaaaaaaaaaaaaaah Ja In diesem Kampf sollte ich eigentlich eine S-Bau rufen sollen dürfen. Nein, nein, kommst du nicht. Ja, ein bisschen. Komm, nein, geh weg da, Cloud, Cloud, komm, 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 komm. Nein, komm, geh weg da. Ein bisschen. Ich mach den Kampf nicht zum ersten Mal. Sieh jetzt bloß nicht den Schwanz ein. Nein, komm, nein, 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 weg da. Nein, 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 nein Nein, 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 nein. Geh weg da. Wie wär's mit Nachschlag? Nein, 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 nein. Nein, nein, bitte nicht. Das tut mir echt leid. Ich bin bereit. Ich glaub. Nein. Hast du etwa Angst? Ja. Will ich nicht haben. Ich hab gesagt, will ich nicht haben. Nein. Will ich absolut nicht nicht. Nein. So. So. Gut. So. 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 Ja, Claude, lass dir was einfallen. Ah, ah, gut umgesetzt. Natürlich. Da, 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 da lang. Da lang. Los, komm. Ja, weiter. Nein, da. Weiter, 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 weiter. Da, und einmal da. Ja, komm. Hier lang. Ja, komm. So, aber Hela, komm. Gutes Timing, ehrlich. So, ja. Aber natürlich meine Güste. Wir kriegen den Schrank schon mal Seite geschoben. Ja. Cloud, hättest du auch zuerst gehen lassen können, ja? Nee, wir hauen ab. Aber sie entkommen! Ich habe zum Glück genau den richtigen Mann für diese Aufgabe. Tut das weh? Hast du? Hier sind auch welche. Hoffentlich greifen sie uns nicht an. Naja. Haben sie vor, ja auch nicht. Du starker Mann! Einmal, ich glaube, Hela, ne? Wow! Oh! Ich hoffe, ich habe noch keine übersehen. Ich bin... ... Verstehung.